Mit Raphael arbeite ich in der Off-Season an meinen Zielen, die ich für die nächste Saison setze. An gewissen Sachen, die ich aus der vorgängigen Saison mitnehme, versuche ich über den Sommer wieder hinzubringen. Darum sind die ganzen Explosiv-Sachen, die ich mit Raphael mache, sehr wichtig für meine On-Eis-Performance in der nächsten Saison. Für Raphael bin ich durch Timo gekommen und habe direkt gespürt, dass er der richtige Mann für mich ist. Und mir wird helfen, meine Ziele zu erreichen. Ein sehr zielorientierter Coach, der natürlich auch als Spieler hilft, versucht sich weiterzuentwickeln. Jeder Tag macht extrem viel Spass im Zusammenarbeiten. Die Brennungen sind sicher sehr intensiv. Ich glaube, es ist sicher sehr gut, dass wir in unserer Gruppe alle die recht gleichen Ziele haben. Nach meiner Verletzung habe ich mit der Hilfe von Raphael recht schnell wieder zu 100 Prozent gefunden. Und jetzt fühle ich mich wieder topfit und habe keine Einschränkungen. Und jetzt bin ich wieder 100 Prozent ready für die neue Saison. Die Kommunikation zwischen Coach und Athlet ist sehr, sehr gut. Wir trainieren jetzt sehr seriös. Aber zu richtigen Zeiten lachen wir auch. Und es macht jetzt extrem Spass, zu meinem Training zu kommen. Und jede Off-Season bis jetzt mit Raphael habe ich einen weiteren Schritt machen in meinem Fitnessbereich. Bis zum nächsten Mal. So! Bis zum nächsten Mal.